Okay, die Runde startet in ein paar Sekunden. Das ist gut. Ich hatte vorher leider Internetprobleme, aber egal. In diesem Spielmodus geht es eigentlich darum, gegeneinander kämpfen. Die Spiele werden zufällig herum teleportiert und man findet Kisten, also nicht Kisten, sondern solche Leuchtfeuer und die geben dann zufällige Gegenstände. Zum Beispiel zwei Eisen oder zwei Diamanten oder so. Und ich lande direkt im Wasser. Okay, wir sehen, hier ist ein Leuchtfeuer. Natürlich gibt er uns ein Diamant. Das ist der beste Zufall. Hier war doch... Nein. Okay, jetzt noch Strings. Also noch Federn. Hier war noch ein Pilz. Das ist ein Notfall, was wir den brauchen. Aber wir müssen ein bisschen schnell machen. Weil wenn ein Gegner kommt, dann sind wir tot. Okay, Eisen. Ich probiere schnell was aus. Ob ich da noch einen Diamant finde. Ähm, ich weiß nicht, ähm, was... Wieso das so schwarz ist. Ist da ein Leuchtfeuer? Oder ist es vielleicht unterirdischen Leuchtfeuer? Keine Ahnung. Okay, Leute, es ist mir gestorben. Aber wir sehen uns in den nächsten. Okay, wir sind in der nächsten Runde. Ähm, diesmal müssen wir ein bisschen aufpassen, weil... Erdbeer hat mir am Anfang einen Schlag gegeben. Und da hat er sich umgedreht. Und das war ziemlich riskant. Ja, wir sind jetzt ja im Akazien-Bion. Wer ist das? Keine Ahnung. Aber, okay, das ist knapp. Das ist natürlich riskant. Wir müssen abhauen. Da ist ein Gegner neben uns. Okay, wir sind schlecht dran. Aber wir können uns ein Steinschwert machen, mindestens. Die Schutzzeit ist natürlich noch genug lang. Das ist unser Glück. Okay, Steinschwert ist drin. Dann eben diese Stöcke noch. Wenn wir noch genug Leder haben, machen wir eine Lederrüstung. Aber Leder gibt es ja nur von Kühen und von Leuchtfeuern. Naja, teils auch von außen. Natürlich sind die wenige Werte, aber egal. Okay. Pressen wir uns jetzt... Wow! Ich habe den gar nicht gesehen. Okay, wir konnten ihn nicht treffen. Also, er konnte mich nicht treffen. Das war unser Glück. So geht das nicht, lol. Okay. Ist anscheinend ein Bug. Okay. Der hat keine Chance mehr. Ich glaube, ich brauche dich selbst. Okay. Er hat leider keine Chance mehr. Aber das ist ja nicht so schlimm für uns. Aber... Nein! Ich wollte gerade reinspringen. Teleportiere mich. Du netter... Du netter... Kleiner... Frosch... Ich bin jetzt... Ich bin jetzt ziemlich aufgeregt. Ich führe mich schon auf der nächsten Gegner. Ich führe mich jetzt nicht zu, wenn er eine Diamante-Ausrüstung hätte. Tja, aber... Tja, aber... Ich würde mal sagen... Auf geht's... Zum Endkampf. Schauen wir mal an. Okay, er kann nichts machen. Und die Kombo ist draußen. Okay, GG. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bei einer neuen Runde. Ciao.